Green. Block kommt von Plyce, Green aus dem Dribbling. Jawoll! Wunderbar, guter Auftrag, wichtig für das Selbstvertrauen. Aus dem Dribbling, das kann er, Demont Green. Hat er ja gezeigt. Wie Steffen Hamann in der kommenden Saison in der Pro. Sehr genial, der gibt ihm die rechte Hand frei, gut gespielt. Green, jupala! Wunderbar! Kommt von Holbrecht. Ah, Green. Green ist mit dem den Los in der Anfangsphase. Wunderbar, Simon Green und Hernández reagiert, nimmt die Auszeit, Deutschland führt mit vier gegen Argentinien. Das ist ja mal eine Überraschung. Hamann. Green muss den werfen. Kommt! Jupala! Deutschland führt gegen Argentinien mit 42 zu 39. Eine Weltklasseleistung. Green. Klasse gemacht von Demont Green. Hangtime in Kaiserie. Green gegen Yasen. Block kommt von Ulbricht, Green für drei, komm. Ja! Ja! Haha, ist der Bock stark heute! Das noch ist hier nix entschieden. Green gegen Yasen. Ja, ja! Ja! Green! Come on, green! Deutschland nur mit einem hin.